Das ist ein Rasenmäher. Diese Maschine ist äußerst leistungsstark und präzise. Sie werden sich jeden Wochentag darüber freuen, dass Ihr Rasen genau so aussieht, wie Sie ihn sich schon immer gewünscht haben. Das Beste daran, er erledigt alles völlig selbstständig. Der Robomo. Robomo ist ein leistungsstarker Roboterrasenmäher, der Ihnen die Mühe des Rasenmähens abnimmt und mehr Freizeit schenkt. Ihr Rasen wird einfach immer beeindruckend gut aussehen. Sie entscheiden, wann Ihr Robomo arbeiten soll. Er fährt völlig selbstständig von der Ladestation los, um Ihren Rasen zu mähen und nach getaner Arbeit sowie zum Aufladen vollkommen automatisch zurückzufahren. Er ist mit Abstand einer der leistungsstärksten Roboterrasenmäher auf dem Markt. Er bearbeitet Ihren Rasen viel zügiger als vergleichbare Modelle. So kann der Rasen schneller von Ihrer Familie genutzt und genossen werden. Er verfügt über ein leistungsstarkes Schneidsystem und ist als einzige Maschine mit echtem Grasrecyclingmesser ausgestattet. Robomo kann Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter bearbeiten und bewältigt nahezu jede Art von Gelände problemlos. Er arbeitet äußerst präzise und bietet eine vollständige Erfassung der Rasenkanten, sodass keine Notwendigkeit besteht, diese mühsam nachzuarbeiten. Ihr Rasen wird mit Robomo gesünder sein und einfach fantastisch aussehen. So haben Sie mehr Zeit für Dinge, die Sie gerne tun oder schon immer tun wollten. Robomo – Ermäht Sie nicht